Ich bin Noah Westhaus, bin 19 Jahre alt und spiele auf der 3. Ich bin 2,2 Meter groß und ich komme aus Lohne. Ich habe letztes Jahr bei den Herzogen Wolfen Mittel in der Probe gespielt. Kochen, Essen, Filme schauen und was mit Freunden machen. Ich verfolge Schwimmen sehr und nebenbei noch Fußball. Für das Team auf jeden Fall die Playoffs und dann Schritt für Schritt immer weiter schauen, wo es dann am Ende hingeht. Auf jeden Fall natürlich der Ausstieg. Persönlich natürlich besser werden und mich weiterentwickeln. Mir gefällt Quagenburg sehr. Ich war ja schon mal hier und ich mag das so alle in so einer kleinen Stadt. Man kann alles schnell erreichen und ich vermisse nichts mehr.